Ich möchte ja auch öfter gesagt, äh, entspricht das hier. Ähm, wonach sieht's denn jetzt aus? Das wird ein Wald im Bild, das finde ich, ja. Äh, gehen wir noch rein, noch eine machen. Darf man das noch? Wir haben kein Auto hier. Äh, äh, das sind doch alle, das ist auch ein, wie er mitkommt. Oben im Wald. Ja. Och, Junge, oder? Kommt einer mit nem Waldschild, oh Gott. Da ist noch einer. Einer down. Einer gehittet. Ich hab keine Sniper-Emmo mehr. Äh, ich hab auch kein Null. Ich hab welche, ich hab welche, ich hab welche, ich hab welche hier. 24 Schuss. Da war ein anderes Team. Habt ihr den roten Punkt auf der Karte gesehen? Ja, direkt hinter uns. Shit, jetzt stehen wir alle hier. Alter, Leute. Oh mein Gott, er ist da. Gut, dann geh ich vorne gucken. Nein, ich hab nur einen auf dem Radar. Ja, da, da sind zwei. Zwei hinter uns. Da ist einer unten drin. Down. Bin ich mehr auf dem Heartbeat? Hier läuft einer. Da läuft einer. Er ist down. Yeah. Hostile dropping. Auf uns drauf. Ja. Wo ungefähr? Heartbeat auf unserem Hausdorf. Ja. Sind die Typen in den Bergen? Sind die, ich weiß nicht, ob die tot sind. Ja. Oben drauf. Ja, hab ich das vor allem gesagt. Down. Down. Ja, der war down. Ich hab mal hinten geschossen. Von blau aus, ungefähr. Mal das Zeug für den Typen hier. Hat der Plates. Hinten von, ähm, Harry. Äh, äh, äh. Ich hab auch genug um mir selber Plates. Okay. Okay. Die werden uns gleich Geld kippen, wahrscheinlich. Ja, müssen hier weg. Ja, müssen wir, müssen auch laufen. Unsere Richtung sollten wir gehen, ne? Um, auf den Hügel drauf. Ah, jetzt hast du Plates? Nee, ich hab keine Plates mehr. Ich kauf mal gerade welche. Ich hab nochmal welche gekauft hier liegen. Kauf mal einer in Airstrike. Olaf, gib mir Geld. Oh. Oh. Ja. Ich steck dich schon mal auf dem anders. Hammerbreak bei dem einen. Ich steck hier. Ich steck hier. Ich steck hier. Der Sniper. Der Sniper. Ist das? Ja. Der Sniper von denen. Ja, oben aus dem Haus raus bei dem Baum. Schönen auch nix. Fenster oben. Hat einen Rose Skin. Also diesen dunklen, neuen Rose Skin. Oben erste Etage am Fenster. Hat gepiekt zweimal. Ja. Ja. Direkt, der ist down. Ja. Ah, der ist down. Well played. Sehr schön, Jungs. So pusht man richtig. Ja. Meter sind das. P100. Dann aber direkt los, Jungs. Ja. Boot gesniped. Wo? Komm drauf. Komm, fach, fach, fach. Wo denn? Und... Ach, sag mal hier. Fährung. Rechts, der ist in das grüne Haus. Hofhaus reingegangen. Vor uns, Alex. Vor uns. Aussteigen. Oh mein Gott. Hier ist einer. Alex. Nice. Ja, Hauptsache, dein LKW kann über die Sting fahren, aber meiner nicht WTF. Ich hab Allrad. Wohin? Wohin? Lahr zum Lahrert. Warum kann ich nicht durch den Zaun fahren? Also genau das hab ich mich gerade aufgefallen. Darf ich das noch? Facken wir das noch? Ich werd angesniped von hinten. Wir kommen nicht mehr durch den scheiß Zaun durch. Der BKW, ich fäng dir ziemlich fest. Ja, den wir sind ja. Ja, den wir lauter können ja vergessen. Aber von links unten wurde ich angesniped. Da Richtung Tankstelle, wo wir den Recon gemacht haben. Ja, da läuft einer. Hinter dieser Hütte. Zwei Stück. Wir können die Geld keepen, wenn wir auf die andere Seite gehen. Shield Break. Beim einen dahinter. Da down. Wir müssen den Puschen. Beide down. Wir müssen den Puschen. Wir müssen den Puschen. Wir müssen den Puschen. Mal getroffen. Armour Break. Dahinten kommt noch einer. Um am Dach. der auf dem dach ist da ist noch einer da oben oben in der luft der kommt auf uns zu der lkw ja ich auch ich bin da gegangen deswegen ich hab das team hinter uns gefinished hier gucken viele leute zu ich war wohl ein bisschen was ist da hinten da ist noch eine weil ich vielleicht pläten oder nein darfst du nicht ich stehe hier auf dem haupten fehlt alle vier mann auf einmal ich brauche Munition also am besten ja ammo box brauchen geld eigentlich noch ein bisschen mehr um ach hier ist gar keine der circle ist ja gar nicht mehr hier oh gott hier lassen wir nicht an die vergisst das nein ja oben drin ja oben drin ich hab hier im gulag gedauert muss pläten mc10 gesweatet haben sie mich oben sind noch zwei drinnen danke fels das ist so viel kohle gerade wenn du ihn mal hacken nachladen bin ich ready zwei leute bei olaf auf heartbeat der ist von olaf ist machst du noch ein bisschen munition der kommt in die laka runter ja fein ja hier ja hier da kommt runter oh shit ich mach die tür auf und sind die direkt da fuck nein ich bin da gefangen ich bin der tür festgehangen wo war der denn alex auf der treppe auf der treppe der ist so low die aussagen müssen direkt kommen mann hol mich mal wieder wenn es geht lass ihn vielleicht zu ende kämpfen da war noch einer auf dem dach auf dem dach ja ich bin auf dem dach ich komme ja kannst du auch hinkommen hat der loot ja ich hole olaf zurück ah da der ist ja in diesem bunker ja unter uns fuck ach der ist denn natürlich da sind zwei leute ich bin natürlich direkt vor ich bin natürlich direkt vor einem anderen team hinter euch leute andere richtung wo waren die genau erste etage die bergen ist auch was so erste etage in den bergen musste aufpassen ja ich habe schon gesehen nicht auf den okay jetzt haben wir aber hier alles was wir wollen ja jetzt lasst uns nicht über überrascht werden die zeit wo du snacken gehst spiel ich das spiel hinten läuft das war was fragt doch was hin nah ist ula richtung osten der hat einen geholt oder da war auf jeden fall einer der in dem haus zeigt sich nicht die feiten hinterm haus die höhe der kiffe hier werden gleich kommen wo du gesagt hast ich habe keine kippen auf blau zwei stück einer dauernd und die finischen ja die sind im gas die verrecken jetzt der andere läuft hier links alle stein oben das team wird uns zum verhängnis gleich kann da gleich ein erster gehen wir jetzt ja alles hier ist am stein der wird von einem anderen team angeschaut da kommt noch einer hinterm haus ja einmal getroffen ist hinter der garage ja ich hatte nur ein auf dem radar da drei teams acht leute ne ja gut links ich guck mal hinten zwei leute zwei leute oben die müssen oben links die im berg sein ja da habe ich gerade das gewinn ja ich bin unten dann habe einen dauernd habe mich einfach schnell aufheben einer dauernd der andere war hier dann ist nur noch einer ja ist nur noch einer der muss nice nice game gg ja auch nur wegen der zone wo wir sind genau richtig hingefahren ja das war doch von anfang an unser plan wie konntest du machen und funktionieren ja das ist richtig wer hat denn den letzten geholt wer hat denn ich der war irgendwie noch down ich glaube der hat im gas gestorben oder so ich weiß nicht also den einen den ich gedauert habe der oben auf den stein lag der war dann auf einmal kill der hat wahrscheinlich nichts und hat sich sterben lassen und den anderen keine ahnung 31 kills als team alter das war schön man hör mal schön gespielt von vorne bis hinten gut kommuniziert wir hatten nen plan wir haben ihn exaktiert exaktiert ja wir konnten das gar nicht umsetzen wie wir wollten ganz aber so sollten wir mal reinschauen ja 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 ja